So, weiter geht es? Ähm... Gehen wir zum Zehnten? Jetzt können wir ja wieder ordentlich kämpfen. Wir sind aber glaube ich hier noch. Dann einmal gegen das Viehchen da kämpfen. Tachchen. Komm. Das hat schon wieder super geklappt. Nicht? Wurde! 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 Wurde, wir denken schaffen. Das soll immer beruhigen. Okay, ist aber immer noch nicht alles weg. Welche hinten? Haben wir ja noch nicht. Ja! Als Sache. Jetzt ist die Insel gesäubert. Oh, da sind aber viele. Nein. Dann hätten wir das hier also auch schon fertig. Können wir jetzt auf die anderen zwei wieder zurück? Ich muss ja fertig machen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur nicht, wo die an einer anderen Brücke da sein soll. Aber das werden wir bestimmt herausfinden. Huch? Da wollte ich noch gar nicht hoch. Stimmt, da hinten waren wir schon. Ja, noch mal. Geht's auch noch weiter. Ja, ja. Hier hatten wir das eine Teil gefunden. Ah! Der Wasserpfeffer. Diese Insel ist jetzt auch sauber. Da. Da ist eigentlich noch ein paar. Wer ist die andere? Sehr gute Frage. von einer Antwort. Ich weiß nicht, dass wir von ihr kamen, aber da gibt es ja noch eine Richtung. Hier oben ist es nicht. Es bleibt nur ein bisschen kalt. Hoffentlich hier. Da hinten. Da. Richtung da oben. Allein da oben. Jetzt lasse ich mir nichts entgehen. Schauen, was hier sein könnte. Ich klinge mir gleich in so ein komisches Ries. Die 2 This is Wohlf. Die 3 2 Die 3 Halt. Na, na. Die 3 Die 4 Die 4 Die 4 Die 4 Die 4 Diese 4 Die 4 Was Das fahre ich mir da gleich nochmal an, ich weiß nicht, ob wir da was mitmachen können. Was ist der ausfällig? Bäh. Oh, okay. Wir sind aus dem Numerat. Ja, aber wir haben den Omni-Impakt. Oh, komm mal! Auf deinen Weg? Go, go, go! Du? Ja, ich habe das gesehen. Done und done. Ihr müsst euch im... anhalten. Ja. Warum funktioniert das manchmal nicht? Das ist bereit. Ich habe das. Du wisst was zu machen. Ja. 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 Gut gemacht. Das ist schlecht. Wir werden es überlegen. Ja. Du. Du. Was? Wie wir schliumer auf? Bis. Ja. Oh, sehr schön. Wenn das Einkampf schon mal wieder hinter uns. Wenn es wären... Das ist eigentlich nichts wird machen. Das ist einfach nur... What? Hier unten ist noch was. Wieder rein? Jetzt nochmal? Okay. Dann nicht. Was? Ja. Let's go. How about we take a look? Um... ... ... ... ... ... ... Es wirkte sich auf jeden Fall. Viel. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Konoha. Ist doch etwas so weit hoch für den Clan. Großen. Etwas. Ja, wir fliegen da gleich wieder runter, keine Ahnung. Ich war ja glaube ich hier. Ich bin ganz irre. Ich freu mich grad nicht ran, ich weiß, wir haben es beim letzten Mal eingekommen. Dennoch möchte ich nicht investieren. Ich glaube, dass wir hier reinkommen. Was ist das? 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 Teddyline. Oh, he's cute. Isn't he? Kann wir keep him? Hmm, ich weiß nicht, Kay. Wer will take care of him? Ich will. Du sagst das jetzt, aber du verlierst in zwei Wochen. Und dann, ich werde den Tag, den Tag, den Tag, den Tag, den Tag und den Tag. Oh, nein. Und ich bin sicher, dass er sein wird. Du bist so klein. Ist das richtig, Sneddy? Du bist so klein. Boop. Sein Name ist Sneddy? Hmm. Ja. Ich glaube. Das kam mir nur zu. Sneddy ist so schön. Sneddy ist so schön. Okay, wir halten ihn. Du hörst das, Sneddy? Wir werden dir ein neues Haus finden. Okay. Wir haben Teddyline. Gut. Ähm. Oh. Schön. Äh, ich will jetzt einmal kurz gucken, bevor wir hier weitermachen. Oh, ja. Ich erinnere mich. Wir sind in D. Norris. Nur einmal kurz einen Überblick verschaffen. Ach du, wohnen, wohnen. Äh. Kay? Ja? Look up there. That came down nearby. Maybe one fragment away tops. Do you think that was another Hornet? We need to be careful until we know for sure. Ja. Das werden wir allerdings erst wirklich beim nächsten Mal haben. Und ja. Ich hoffe euch heute. Ciao. Ciao.